So, und jetzt sind wir kurz vorm Abendbrot angekommen und jetzt kommen noch die Bratwürstchen in die Pfanne und dann können wir anrichten. Also wir haben jetzt hier rohe Bratwürste von unserem Hausfleischer. Die brauchen ein klein wenig mehr Ruhe in der Pfanne, weil sie sind halt noch nicht wie die in der üblichen Supermarktpackung vorgegart. Haben dann aber den Vorteil, dass sie nicht ganz so schnell zu trocken werden. Fangen wir an mit dem Eindecken unserer 9er-Leit-Tafel. Da beginnen wir erstmal mit Brot und Salz. Das kann man einmal, wie wir hier im Körbchen und im Schälchen machen, aber es gibt auch die Tradition, dass man das ins Tischtuch einwickelt. Dann haben wir hier nochmal unser Matjes-Häckerle. Dann haben wir hier unseren Rote-Bete-Salat. Dann haben wir unsere Linsensuppe. Jetzt das, was zusammen gehört. Der Kartoffelsalat, die Bratwurst und das Sauerkraut. Dann haben wir hier unseren Bratapfel. Und jetzt kommen wir zu unserer abschließenden Komponente. Die haben wir vorhin rausgelassen, weil es einfach nur Brötchen schneiden ist. Aber das ist ein sehr bodenständiges Essen. Weil es ist eigentlich nur Brötchen mit Brötchen übergossene Milch. In dem Fall sind es süße Brötchen und dazu Nüsse. Was wir dann als Semmelmilch bezeichnen. Was uns an unsere Wurzeln erinnern soll. Und auch an der Armgedenken. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Nachkochen unseres Kreuzthal Neunerleis. Und beim Essen. Ich wünsche Ihnen im gleichen Atemzug auch Glück und ein gesundes neues Jahr. Und hoffe, dass ich das nächstes Jahr wieder für unsere Gäste kochen kann. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de